Hallihallo und herzlich zurück. Herzlich willkommen zurück aus Washington. Ja, wir sind wieder hier. Heute sind wir alleine hier für diese Woche. Zwei Folgen, die wir alleine spielen, einfach aus dem Grund, da ich ja Prüfungen hatte und einfach keine Zeit hatte, mit Morten aufzunehmen. Morten ist nächste Folge wieder dabei. Wir werden heute nichts Großes machen, wir werden nur kleine Sachen machen. Das ist aber unser Kontrollpunkt, oder? Also er ist grün. Und normal, genau, zehn Kontrollpunkte, oder sowas. Aber wir werden heute so ein paar kleinere Missionen machen. Mal schauen, ob das funktioniert. Ob wir das alleine auch schaffen. Lager. Das ist unser eigenes Lager, okay. Mal schauen, ob das alleine funktioniert. Ich bin gespannt. Kommt man hier nicht raus? Mal, wir müssen da hinten raus. Ja, kommen wir. Und übrigens, falls es euch die letzte Folge aufgefallen ist, unser Charakter sieht eigentlich so aus. Und nicht wie Jason Mamoa, wie er in den letzten Folgen ausgeschaut hat. Also, muss ich mal, muss ich jetzt mal dazu sagen, das war ein bisschen, ein bisschen verkehrt, was das Spiel hier abgezeichnet hat. So. Jetzt bin ich mal gespannt, wo wir hier hinkommen. Okay. Oh, you beautiful America. Und sie kommt zu uns. Und sie kommt zu uns. Und sie kommt zu uns. Echo entdeckt. Wat nach. Und sie kommt zu uns. Und sie kommt zu uns. Was kann ich so rumtollen? Du bist nämlich schon tot. Genau. Irgendwo hier hinten. Natürlich stehen da auch Hyenas. Das Zeug muss wie irgendwo da drin sein, wir müssen irgendwo da reinkommen. Kommen wir hier rein? Lief doch ganz gut. Also ihr dürft übrigens auch nicht erwarten, dass die Folge heute äußerst lang wird. Ich werde es hier versuchen ein bisschen kürzer zu halten. Wird nicht die volle Länge haben. Na nö. Ein Hund. Tragbares elektronisches Gerät erkannt. Es ist leicht zu töten. Ich sage nicht, es ist leicht Menschen zu töten. Wenn man sie als Menschen ansieht, wird es sehr viel schwerer. Aber wenn man einfach nur auf die Bilanz schaut, was für ein Hindernis jemand darstellt oder wie sehr es einem nützt, jemanden noch eine Weile atmen zu lassen, dann ist es eine einfache Rechnung. Und einfache Rechnungen sind leicht. Fast so leicht wie zwei Kugeln in den Torso und eine dritte in den Kopf. Okay. Das ist seine Meinung. Definitiv. Da vorne liegt irgendwas. Hier. Ah, okay. Abwasser. Es hieß vorhin, wir haben ein Echo entdeckt. Wo war dieses Echo? Das müsste irgendwo hier gewesen sein. Oh Mann, natürlich. Was hab ich denn eigentlich nie gesagt? Oh Mann, natürlich. Was hab ich denn eigentlich nie gesagt? Ja, das war auch ein Hinterhalt, mein Freund. Das hab ich früher aufgefallen. Auch noch mehr. Feierlicher Kontrollpunkt in der Nähe. Ich hab mich nur ein gewischt. Ich hab mich nur ein gewischt. Nein. Ich nicht. Du? Blöd, ne? Irgendwo hier war vorhin ein Echo. Oder? War hier ein Echo? Ich glaube ja. Dieser Funk hat hier, wir haben ein Echo gefunden. Irgendwo. Nee, das war unser Laufweg gerade. Verdammt, ich hab doch schon gesagt. Ich weiß wirklich nicht, wie mein Holovisier repariert. Jetzt repariert! Wir können es einfach mal an diesem Kontrollpunkt versuchen hier. Das sollte alleine jetzt, glaube ich, definitiv nicht einfach werden. irgendwas war. Was? 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 Was ist denn was? Was. Was? Was? Oh, gehst du weg von dem MG? 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 Oh, gehst du weg von dem MG?